hallöchen zum türchen nummer 19 und dann ist das fach hier glaube ich auch leer ich immer mal ja hier ist noch ein großes wenn ihr das seht es neigt sich dem ende entgegen und ein bild hätte das gedacht also das mit dem bild ist echt irgendwie ein bisschen ja ich will nicht sagen kacke so kriegt mein kalender auf jeden fall voll aber macht dem der qualität und der ganzen sache kein abbruch das ist jetzt ein t30 und ich denke mal das wird auch der letzte tor gewesen sein damit hat man eigentlich die standortgrößen alle durch wie immer schön gearbeitet muss ich glaube nicht mehr viel zu sagen ich würde sagen bis morgen